Heyo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Gary Smod, äh, Brobhunter, was weiß ich. Brobhunt! Warte, neuer... Heyo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Gary Smod, Brobhunt. Ich bin der Kevin von GermanTubeGamer und ich stelle euch heute meinen Freund vor. Oder er stellt sich selber vor. Ich bin der Simrich und ich helfe dem Kevin mal hier ein bisschen aus. Und die zwei Wichser sind auch dabei, nahe dem Mund. Niemand nennt uns Wichser. Top darf er. Das darf ich. Hallo. Also. Mein Kevin ist unhöflich, sag mal Hallo. Hallo. Also die Regeln sind einfach, ähm, die Props, die verwandeln sich also mit E, also wenn sie auf einen Gegenstand, äh, also hinzeigen, mit dem Prop, und ähm, müssen sich halt natürlich verstecken für uns, den Hunters. Wir dürfen also nicht alles zerstören wegen, wenn wir Gegenstände und so weiter schlagen, beziehungsweise schießen, werden wir Leben, wodurch, äh, wir auch sterben können und auch, äh, eigentlich die Props schnell geben können, 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 ja, können, können. Ja. Und, ja. Hey, wir verlieren auch Leben. Ähm, ja. Ja, ja, Dings, das, das ist nur, Dings, die Lebensanzeige, wieviel, Ding, also, wieviel Leben euer Skin hat halt. Achso. Achso. Ja. Deswegen, zum Beispiel mit Kaffeetasten, nur ein Leben. Mhm. Und ja. Ja. Achso. Und ja. Wie ich sehe, ich habe jetzt gerade ein Ping von 1. Nice. So. Und nach jeder Runde wird die, äh, Teams gewechselt, also, wir sind jetzt, also, Das sieht doch nervöslich aus. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ja, du Arschloch. Ja. Findest du so schnell? Du, ich find gar keinen. Ja, Dings, irgendwie, ich hab's ja nicht letztes Mal in der Bett versteckt und... Warte mal. Das ist doch auch irgendwie anders, oder? Ja, komm, schieß einmal drauf. Nee. Also mein Versteck ist göttlich. Glaub mir ist er nicht, nee. Ich dachte, da war er. Ich hab Dings gerade weitergelaufen. Ich hatte gerade entdeckt. WTF? Was dacht man? Das war ich nicht. Das sagst du. Nee, die Pflanze kann noch nicht sein. User in your channel timebound. Nein. Nein. Fehl. Fehl. Aber trotzdem. Geil als ein Internet. Nein. Ein verloren. Der tut nur so. Warte mal eine Sekunde. Wo ist denn der... Der tut nur so. Der hier ist bestimmt nicht hier. Ich sehe ihn genau nach dem. Ich sehe ihn genau, Alter. Wer bin ich denn? Was mache ich denn gerade? Du aufst sie rum und tust die Schnühle weg. Warte mal. Boah, was ist das für eine Woche? Warte mal eine Sekunde. Warum ist dieses Ding da hier? Tja, keine Ahnung. Was ist los? Warte mal, ist das das? Ja. 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 LoL. Er hat wieder verlangt. Okay. Er hat vielleicht paar... Oh, ich hab ein Disconnect bekommen, Leute. Entschuldigung. Egal. John einfach rein. Nein, er kann nicht join. Es ist voll. Echt jetzt? Ja, ein Fluspaird ist drin. Was? Dann kick ihn mal. Dann kick den mal. Was zum Teufel? Ich kann kein Ü schreiben. Ah, Alter. Okay. Entschuldigung für die technischen Probleme. Mike ist schuld. Was? Dieser Sammy hat eine Bambusleitung. Standard. Nein, das wollte ich nicht sein. Ich wohne in China und habe eine Bambusleitung. Will, ich hasse dich. Jetzt bin ich... Oh, fuck. Und ist er noch drin, oder? Ja, das ist ja. Und man muss sich in Bambusleitung. Oder kippen. Kettelring oder? Nee, nee, nee. Da kommt einfach random rein. Rennig. Obwohl man das so. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, dich bei mir. Kann ich etwas mit einstellen? Okay. Ich sehe dich. Ich hoffe noch rum und so. Aber er sehe dich. Ich bin ja auch am rumlaufen. Ich sehe dich drauf. Oh nein, nein, nein. Nein, das bin ich nicht. Ich bin nur eine Schautor. Nein, das bin ich. Nein, 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 nein. Ich kann kein Füßbett schreiben. Hat er nicht gesehen? Hast du jetzt gekickt? Nein. Irgendwie kann ich kein Füßbett schreiben. was zum Teufel ich bin das geil ist einfach Dixon kann jemand Flusspferd schreiben Flusspferd? Fick dich nade, wo bist du? Wieso bist du ein Flusspferd schreiben? Oder nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht, oder? Maiko, oh, ich bin Warte mal Ähm Ah, ich hab's doch geschrieben Zum Teufel Nene 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 Und danach gibt's Ein, ähm Slender Wer denkt's kannst du reinjoinen? Und das Slender Hound irgendwie Was kann ich reinjoinen? Und ich Join danach Servo ist voll Oh mein Gott, wie genial. Er ist immer noch voll. Oh, oh. Hä, der ist nicht voll. Der war nicht shit voll. Loll. Dings, Kevin, kannst du mal Tab drücken? Ist da jemand drin? Nee. Hä? Er ist immer noch voll. Loll. Kannst du einfach reinstellen, oder please? Alter, nein. Ich mach halt wieder Connect und dein IP. Servus voll. Ja, ich seh dich nachdem. Ich starte bei Gary's Mod 9. Könnte auch deswegen liegen. Kevin, ich kann dir sagen, was ich bin. Aber erst mal in einer Minute. Nein, brauchst du nicht, eigentlich. Sag einfach... Alter, Kevin ist so weit weg von ihnen entfernt. Ja, ja, komm. Ist wirklich so. Das ist wirklich so. Ich meine nicht, dass du ja noch näher bist. Er hat nur 5 HP, ne? So mietrige... Ich? Nein, Kevin. Oh, mies. 5 mietrige HPs. Oh. Da tut er mir leid. Komm ich denn her? Nein. Arsch. Wo komm ich denn her? Ich kann dir sagen, was ich bin. Aus Deutschland. Oder nee, sag ich nicht. Ja, komm, sag. Ja, okay. Ich bin... Eine Dose. Nimm mich Flasch. Was? Nein, nimm mich Flasch. Ich habe eben eine. Ich bin eine Dose. Was? Achso, jetzt bist du eine Dose. Eine Dose? Ne... Kaputte... Dose? Nein, das wollte ich nicht. Gibt's ja auch eine Karte, wo ein Sexshop drin ist? Ich will unbedingt ein Dildo sein. Oh mein Gott. Man... Bin nur drauf gekommen, ey. Ich bin nur drauf gekommen, ey. Loft man. Oh. 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 Der fucking Bouse. Er hat so was. Ich bin einfach gelaufen, mit Biggie Storben. Yeah. Wer hat Dingskasse rein, schon? Heims? Ja, warte. Ich... Ich will diesen Hut zum Kicken. Äh, nicht so diese Wörter hier. Nur ein BD... Äh, lassen... Es muss doch geben werden. Wie jetzt... Der Name... Füßbert wurde nicht gefunden, nur wo er drin ist. Schatz zu dem Flusspferd, oder wie er auch heißt, er soll raus. Dead Boss unsus selber. Wie sieht der Boss? Wo komm mal hier? Wow. Er rappt. Kevin, du musst dir jetzt krasse Beatbox geben. Pff. 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 Ja, was los? Ich mach die Beatbox. Pff. Ja, aber er muss erst... Er bleibt nicht. Das ist unglaublich, ne? Das... Das ist leicht da ein Spieler reinkommt. Das ist unglaublich. Ich check das nicht. Ich hab Hamachi selber aufgemacht und Dings. Die kommen einfach rein. Yo, 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 hier ist Money Boys weg. Und ich glaube, die Opfer von euch weg. Kann ich das nicht so kicken? Hey, ich schwör. Nein. Hoppala, ich hab gerade gerettet. Ihr findet mich niemals. Echo, 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 Echo. Echo, Echo. Eh, 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 eh. I'm not a deader. Klammer. Bitte schmuckst du nicht. Ja, selber ist immer noch voll. Ja, du denkst dich an den Füßbärd, wenn ich raus. Füßbärd? Kicken halt, gib'n Bann. Statt Kicken reinzuschreiben, schleib Bann rein. Mit Doppel-N. Füßbärd. Der Füßer aller Bärte. Mann, Kevin. Was bist du, Kevin? Warte mal. Den Fall. Ah ja, nach dem Let's Play machen wir noch mal ein Let's Play. Das nehmen wir dann auch auf. Und, ähm, da machen wir... Nein, es ist draußen, es ist draußen, es ist draußen. Eingehen. Ja, okay, lass mich mal ausreden. Da machen wir, äh, Slender. Ja, nice. Slender, weil das ist ein bisschen langweilig. Das machen wir jetzt nur eine Folge, um euch zu erklären, was es ist, was es für ein Minispiel ist und bla bla bla. Ne, Leute, habt ihr zugehört? Hier. Nachdem machen wir Slender. Die wieder da. Was? Hattest du gar keinen Cut gerade drinnen? Nein. Hm? Wo wir so viel Scheiße gelabert haben. Nein. Oh, das ist, ja, nice. Mann, ich fände die nicht. Was? Ich auch nicht. Ne, falsch. Oh. Warte mal, da hab ich nicht hingeguckt. Er hat bestimmt einen Hack drin. Bist du das da wirklich? Ja. Die haben verkackt? Junge. Oh, was ist das für ein Versteck? Das finden die nicht, das geht gar nicht. Wer das rausfindet, ist echt. Was? Das geht gar nicht. Das kann man nicht wissen. Das geht gar nicht. Das ist, das ist so, wie wenn du einen Stein zu anderen Stein geworfen hast. Die finden die nicht. Ach, komm ey, den müssten wir eigentlich irgendwo finden. Okay. Leuch. Dann wird dich jetzt alles vibriert. Das war bei mir, ich hab Ralf das Ding verschossen. Okay, ich denk mir schon. Ich könnte euch sogar Tipps geben und ihr würdet den nicht finden. Ach, geh, sag mal den Tipp erst mal. Neben mir ist eine rote Kaffeetasse. Das hat seine Tarnung voll auffliegen lassen, da weiß ich schon, wo das ist. Warte, Mike, ich hab dich gerade gesehen, du darfst dich ohne mich gehen. Das wird ihm halt voll verwöhnen, ne, Kevin? Weil, es ist wirklich eine rote Kaffeetasse nebendran, aber wo ist das die Frage? Ist das hinter... Okay, das ist nicht hinter ihm. Oder, oder, oder. Leute, Leute, der nächste Tipp. Der ist eigentlich gar... Wenn man nachdenkt, ist das gar nicht so schlecht. Er ist auf einem grauen Fußboden. Warte mal. Kennt... Hör auf, immer so viel warte mal zu sein. Ich sag's halt, mir ist lava halt. Nein, pscht. Hä? Sag ich, du bist so ein pedo, Alter. Die werden nicht draufkommt, die auf mir, das geht nicht. Und da sind auch überall futuristische Lichter, ne? So... Geh mal aus dem Weg. Boah, Junge. Ich schieße die schon mit Granatmehr von irgendwo rum. Boah, Junge. Das ist eine gute Kaffeetasse. Äh? Ich muss doch nicht gleich sein Reis. Und dann muss der irgendwo sein. Diese epische rote Kaffeetasse. Wieso ist sie hier eigentlich, Kevin? Der hat mich mitgenommen. Völlig falsch. Ihr Wort fehlt hier eigentlich. Na, er hat die Kaffeetasse mitgenommen? Vier Sekunden. Nein! Gewonnen! Gewonnen! Wow! Da war ich gerade hin? Hä, ich hab gemeint, ich hab gewonnen. Ich hab ihn gefunden. Oh. Ich hab bloß gewonnen. Ich wollte ja gerade in den Raum gehen und gucken. Na, dem? Na, dem, na, dem. Wo bist du, wo bist du? Ich bin hier, was ist? Machen wir so vier Runden, warte. Da bin ich. Komm, 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 komm. Äh, 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 gleichzeitig. Er steht unentschieden. Also 1-1 steht's. Dann das da. Okay, komm. Fuck mir. Leute, noch zwei Runden. Er steht unentschieden. 1-1 hört ihr mir zu. Ja, okay. Komm. Geht das nicht? Geht das nicht? Oh, es geht nicht. Komm mal, komm mal. Ich hätte eine andere Idee. Los, los, los. Du bist vorhin? Da bin ich. Ja, los. Ich bin so eigentlich an denen vorbei gelaufen, Kevin. Geht das? Ich hab einfach eine rote Tasse, äh, Kaffeetasse genommen. Sehen sie kaum. Das werden sie, da werden sie nie drauf kommen. Ach. Obwohl doch. Was, die rote Kaffeetasse? Hast dich bis dahin geschleicht und dann... Ach so. Nicht schlecht. Warte, ich hab einen gesehen. Ich hab einen gesehen. Er ist in die Kaffeetasse. Da ist er, da ist er. Töte dich. Nein. Nein, ich hab ihn aus den Augen verloren. Nein, ich hab ihn. Na, den Buss auf. Wie kann man rennen? Er ist hoch, er ist hoch, er ist hoch. Man kann gar nicht rennen. Nein, er ist glaubt nicht hoch. Fuck! Ich hasse mich. Jawoll. Wir machen dich. Fuck. Na, den. Schau mal, wo ich mich versteckt habe. Was wüsst'n du da? Äh. 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 Ich kann nicht hier, ich kann gerne Freisicht machen. Jetzt. Hä, wo bist du? Bist du das Teil, was auf dem Boden liegt? Guck mal. Oh, das ist mies. Die finden dich doch nicht. Werden die doch nicht. Warte. Warte. Ne, ne, ist grad einer. Echt? Ich frage schlitzig, ob er sich finden kann. Toll, MG windet sich nicht mehr. Warte mal. Wenn ich mit dem Schläger eintreffe, der überlebt das doch, oder? Jep. Aber du verlierst bei dem Leben auch bei dem Teil auf. Ne, äh, wenn du nicht einmal Dings triffst, dann verlierst du eigentlich kein Leben. Natürlich, wenn du mit dem Teil auf dem Objekt schlägst, schlägst du auch. Ja, auch wenn du auf einem Spieler, der ein Objekt ist. Ja, dann nicht. Ja, das mein ich. Und das hat er auch gefragt. Alter, was ist Mike? Also, Mike hast es gesehen eben. Hey, lass mal nach, wer würde die Karte wechseln? Sicher? Ah, die Karte ist ja. Ja, irgendwie, sonst haben wir immer dieselbe Karte. Hm. Und ihr kennt die schon auswendig? Ne, eigentlich ich nicht. Nö. Was wollen? Eigentlich ein bisschen CSGO. Ich ran da nie hier vor. Mike, das ist so mies, nur. Das ist so mies, ey. Das hat was gemacht. Aha! Konnte das irgendwer? Aha! Der German Tube Gamer hat noch sowas. Ja. Oh mein Gott. Der Sterb. Oh mein Gott. oh mein Herr. Du kleiner. Wer ist der? Weiß der. Wo ist der? Alter. Du, Wichser. Komm hier raus aus dein Scheiß, was steckt, du kleiner Homo-Mann. Wo bist du? Hä? Komm raus, Alter. Was ist der? Was ist der? Er ist eine blaue Tasse oder eine grüne, ich habe es gerade nicht gesehen. Ich habe ihn rauslaufen sehen, glaube ich. Guck mal, Nadine. Junge, so mies. So mies, ey. Das war geil. Ey, wir kennen das nicht, wie wir gerade abgeschossen haben. Ich habe keinen Anmerfer. Denkst du, ich mache das so. Ich habe so lange auf die Mütterne gehauen, ne? Und das habe ich mich trotzdem nicht gefunden. Und der hat nur ein Leben. Ich habe sogar noch ein Leben. Das ist das ein Wiese, das war nur ein Leben, als das. Michel Heims? Bei Beide Heims? Hä? 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 Was? Nein, 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 nein. Ihr, das ist so mies dein Versteck. Wenn ich das denn, seit ich die letzten fünf Sekunden rausrenne. Ja, mach das in den letzten fünf Sekunden. Wie kaum lebt der dich in der Nähe. Weil du vielleicht hast du noch eine Kremate übrig. Alter, die Gewinnerrunde. die sind weil es so falsch so ist Prozent Prozent für so gut Mann nein es ist nicht mehr und kräftig weißt du es hat die Tasse sie haben richtig das Ding auch mal gewaltig werden nicht ich habe ich habe ja wohl nein nein ich habe das gesetzte der Welt er war richtig ab natürlich ich bin der Gärtner also nicht sein noch mal bekannt wird der Proppmann zum Beispiel ich kann so viele Sachen hochmachen also okay 2 2 ist gut ja was ist es jetzt Keine Ahnung. Das ist ne Dings, das ist ein Root. Für den nächsten Game Root. Ich hab die nicht gehört. Hm, ich denke... Ah, die Map, eine neue Map. Havanna. 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 Okay. Leil, das wusste ich gar nicht. Ich hätte mehr Bock auf Dust eigentlich. Macht alle Havanna. Die Dust? Bist du bescheuert? Hey, kommt noch zwei Runde auf Havanna. Ja Dings, zwei Stimmen auf Havanna und keine andere. Komm. Ich kann keine Stimme setzen. Hm, nice, nice. Ich wusste das gar nicht eigentlich, um ehrlich zu sein. Was? Also bis gleich, Zuschauer. 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 Nee, du kannst eh da einfach bleiben, das geht eh schnell und stimmt. Naja. Er kann auch einen Cut machen und das zusammenschneiden. Ja, kann ich auch machen. Wodurch es eigentlich noch eher anstrengender ist. Nö. Aber besser für die Zuschauer. Ja. Ja. Ja egal, ist eh schon fertig. So sieht Havanna aus. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Havanna so... Mich Havanna. Loll. Du, du denkst grad an Black Ops. Ich? Ja Dings, äh, nein. Ich meine, da steht, äh, doch die, die Havanna. Letztes Havanna. Oh, die Karte hat... Ich bin noch nicht drauf. Sehr zu schnell. Ja, jetzt. An allerseit, awesome Hans. Ich kann bis jetzt noch kein... Kein... Nichts auswählen. Ich konnte noch nichts werden. Ich bin Hunter jetzt. Oh ja. Schon wieder. Loll. Warte, du trinkst noch mit dir was rum. Mann, ich darf nicht mitspielen. Mike, geh mal schnell sterben. Sag mal? Ja, geh mal schnell sterben. Ja, das Bewegen konntest mich an. Wie kann ich so ein Stich bleiben? Kevin, weißt du das? Nee. Sicher? Ich hab einen anderen Weg. Bleib einfach so, bleib einfach so. Ich trinke Alkohol. Ja, geh nicht so. Dann seh ich aber n... Dann seh ich aber nur so n rotes Sofa vor mir. Ich bin tot, gell? Ich kann dir zugucken, wie du dich bewegst in der Kamera. Loll. Loll. Egal, zwei Runden da, wer gewinnt. Alter, ich kenn gar nicht die Map. Mike? Ich auch nicht. Hier. Oh, das ist asozial. Alter, das ist so ein Scheiß. Okay, wir suchen uns einen coolen Weg. Da oben. Da unten. Ja, gut, da oben. Da oben. Warte, kann ich auf dich rauf? Nein, kann. Oh, bin ich auf dir drauf? Wo du hast die Bewege? Warte, ich bin... Ich hör die, ich hör die. Wo müssen wir so lang? Bei mir ist es wohl so komisch. Lass uns mal... Nadim, ich würde mich totlachen, wenn sie uns Dings nicht sehen. Ich will ja nicht sein. Ich geh mal nach Finn. Okay, komm mit. Oh Mann. Kann ich schicken und dahinter gehen? Nein. Nein. Das ist ja voll lustig. Das wäre wirklich lustig eigentlich, aber... Irre doch. Bescheuert. Ich kenn die Map nicht. Ich auch nicht, frag mich doch. Ich hab die beste Idee, Nadim. Hä? Wo bist du? Ich bin abgehauen. Ich bin jetzt ein Topf... Ne, was bin ich? Ich hab ihn! Nein! Ich hab ihn! Jawoll. Scheiß einmal. Einfach quasi von beiden Seiten, Mike. Ey, jetzt bist du noch nicht echt sowas. Bin schon gut. Mike, Adrenalin, du musst jetzt rumlaufen. Okay, aber ich denk, ich wusste wie ein Topf sein. Du bist weiß. Du bist ein Topf. Ne, wir waren eben, was haben wir in den Eimer? Dann war ich auch um, um an zu von Topf. Ich hab noch ihn so scheiße. Ich hab mich so scheißen schwer. Knuggle auf. Knuggle auf. Knuggle auf. Ich hab einfach drauf. Knuggle auf. Knuggle auf. Knuggle auf. Knuggle auf. Dann bewegt mich mal nicht, Kevin. Meike Ma. Knuggle auf. die Leitungen der fünf um einen Faden bestätigt so bist du nicht Jungs wer jetzt gewinnt der entscheidet die Runde und dann Slender ne Ok das ist wenn du müssen nicht unterladen eigentlich muss ich der Welt der ok-dien DDD die OPD und DDD die Leder hatte es gibt ein bis nicht wer in den Büchern auf er kann die sich am Geld bei beobachten er kann weg okay ob ob es so Hallo. Pong! Au! Hast du Schaden genommen? Nein, okay. Lass uns hier durch. Kann man hier zurück? Kann man rennen? Nein. Boah, ist das Scheiße. Ich will ja keinen Druck bei mir. Ah! Nein! Wo bist du hin? Oh! 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 Samy, siehst du das? Was ist denn der Spaß? Das hat vorhin'n Ding. Ich hab Mike genauso gesehen. Lass das. Oder war das Radeln? Ich weiß gar nicht. Er hat genau dasselbe gemacht. Ich hab ihn erwischt. Mach das nicht im Camp. Das fällt zu sehr auf. Das fällt zu sehr auf. Boah, Mann. Mike, geh du mal da lang. Genau, du da lang. Ich geh hier lang. Hier ist kein Eingriff. Ich kann... Achtung! Oh! Gewonnen! Gewonnen! Sehr gut. Sehr gut. Das ist noch ein bisschen, oder? Mach mal noch ein bisschen Fun. Ja, komm, das war Gleichstand. Komm, das macht so Spaß. Okay, komm, komm. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde, wer gewinnt? Mike, Mike, Mike. Final Round. Einer, wo bist du? In deinem Arsch. Oh, nice. Oh, lol. Über den Fenster. Okay, das hab ich jetzt verraten. Oh, ich würd das Ding da sein. Geht aber nicht. Aufpassen, die kommen. Sam, ich war eh der Geist, der Mann. Bist du das? Ich kann's nicht sein. Ja, weil ich das bin. Hä? Sam, ich war eh der Geist, der Mann. Warum kann man kein Dildo sein? Das ist der. Das ist der. Alter. Warte, kann man? Nein, kann man keinen. Nicht sein, glaub ich. Ich weiß, wo die Fäße hin. Ich hab... Der ist sofort oder so. Oh nein. Hast du ihn? Ja. Er will nicht sterben, ne? Ich hab auch schon ne Lade. Ich bin das gar nicht. Oh. Fuck. Ja, Alter, warum geht der nicht kaputt, man? Ja, ne? 100 Leben. Guck mal, die Fäße haben sich auch bewegt. Mike. Puh, du Kühlschrank. Hey, das Fahrrad. Das hör mal nicht sein, das wollte ich unbedingt sein, das geht auch nicht. Ich wollte das Auto sein, ey. Aber es hat auch nicht funktioniert. Wen haben wir denn grad gekillt? Mich. Na dem. Wenn Gott Mike sagte, dass er das Auto sein wollte? Oh, er ist draußen. Ich hab laufen, ja. Er ist sowas wie die Dose. Oh mein Gott. Ich hab nicht mehr mich bewegt. Hä? Was würdest du denn eigentlich? Was bist du jetzt auf einmal, Mike? Hast du wieder gewechselt? Mhm. Hm. Like a boss. Hey, nice. Aber du denkst, das ist schlecht. Ich hab drei HP. Die machen mit mich hin und komm mal nix fertig. Ich bin aber auch fast tot. Oh mein Gott. Kevin belegt dich mal. Kevin belegt dich mal. Scheiße. Nur einen von den finden, damit ich dir gefolgen kann. Wo fahr der? Ja man, ein Stuhl, Alter. die scham. Komm eine Runde machen wir noch eine Runde eine einzige. Wir können ja auch hin. Nein komm eine Runde machen wir noch. Ja und dann stop it Slender. BAH! Bojo! Ich bin da runter gefallen. Du ein Schein! das er ich wollte sie sehen oh nein gravity killt dich tja ich würde mal sagen Physik hat dich mal gekillt scheiß Mathematik Mathematik was ich für sie ja was Physik ist Mathematik aber finde ich nicht ganz das finde ich nicht so krank aber vier also Leute die vier Minuten was hier jetzt kommt sind die letzten vier Minuten der Episode ja wird langweilig herzlich ins letzte Eck gehockt danke für den Tipp naja den findet ihr nicht warte mal ich habe mir nicht gesagt ins letzte Eck von der Karte das könnte auch das letzte Eck vom Raum sein aber sonst findet ihr glaubt nicht oh man hm ich habe jetzt gerade was hören ich habe jetzt gerade was gehört ja das ist dein Handy ach man ey warte mal ich müsste mal einen finden von denen dann könnte ich jetzt könnte ich wenigstens sagen ob die die nacht naja wie die zu zweit laufen der eine hat noch 80 und der andere hat noch 100 hey hey semi Rush Modus ne oh ne ne noch drei Minuten hast du ihn noch nicht mir wurscht ne man den ersten mach erst in den 30 Sekunden oder da könnte sie mich genauso kriegen naja das ist doch mal naja verschießt ihr nur wie sagt sich das eigentlich bewegt ich sehe mich da wo du drüber gerade vorbeigelaufen ist auf dieser brücke da bin ich runtergefallen aus so Dings da kann man aber nicht raus denke ich ja als Dose schon der Eimer war ich, ich weiß grad gar nicht was wo hat sich bitte in nem letzten Eck verschockst na wo gehst denn du ey ey er kann nicht an der Wand hängen aber ich hab grad kein Leben verloren aber hier hab ich Leben verloren ne hoff ich auch nicht hehehe hehehe ja naja natürlich klar Nadie komm mal Nadie komm mal Nadie sieht das nicht so irgendwie strange aus das da ja was sind die zwei worauf schießen ne was ist das nicht auf dem Schuh hehehe aber hey das wär eigentlich gar nicht so ne dumm so ne Doid ich hab voll auf nen Schuh ja ja da ist so ein Schuh auf so auf eine Mauer drauf ja auf so ne abgelegenen Mauer da fuck ja what the fuck alter das nächste Runde bin ich das aber ne nächste Runde stop it slander oh oh yeah warte sich bitte verkrommeln komm eins eine Minute dann noch dann haben wir die Runde gewonnen wir sind die zwei Besten warte wo ich nicht hingeschaut habe Alter hör auf Planet ich seh dich ich seh dich warte mal ich seh dich hä hehehe er lauft vorbei er verarscht und das find ich nicht lustig er lauft immer noch vorbei uah deine Muschel lauft vorbei hehehe hehehe er lauft immer noch Tram vorbei warte hehehe uah das ist geil aber es kommt drauf an auch was für eine Entfernung hier vorbeiläuft und so hehehe im Busch vielleicht alter ich schwör wer ich weiß nicht ob er mich meint oder dich meint also in den letzten 50 er lauft immer noch vorbei alter hehehe hehehe wenn ich ihn nicht gleich finde dann werde ich einfach eine Granate randomly nö hehehe hehehe scheiße scheiße der hat ja nicht gewohnt jetzt hast du dich nicht bewischt hehehe hat sich er nicht bewischt hehehe du scheiß Hacker Missgeburt hehehe ok damit ist es aus mit der Episode Mike hat den kleinen Schwanz und tülü hehehe hehehe hehehe